Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Minecraft Tutorial. Heute zeige ich euch mal eine weitere XP-Farm und zwar benutzen wir diesmal dafür Blazes bzw. Lohin und einen Lohin-Spawner bzw. eben Blaze-Spawner. Und das erste, was ihr für diese Farm tun müsst, ist natürlich erstmal so einen Spawner zu finden. Die gibt es immer in den Festungen in der Hölle. Und wenn ihr denn so einen gefunden habt, zeige ich euch jetzt, was ihr tun müsst. Und zwar Nummer 1 ist, dass ihr erstmal einen Raum da rum baut und zwar insgesamt 4 Blöcke in jede Richtung. Das bedeutet hier 1, 2, 3, 4 Blöcke soweit. Denn von hier auch nochmal 2, 3, 4. Dann hier auch 1, 2, 3, 4 Blöcke. Und in diese Richtung auch. Und auch nach oben, das bedeutet, ich zeige euch das mal hier mit dem grünen Konkrete an. Wie groß das denn sein muss in jede Richtung. Und so groß sollte es in etwa sein. Und was ihr am besten dann auch noch, wenn ihr Survival zum Beispiel spielt, macht, ist, dass ihr euch irgendwie gut ausrüstet, weil die Lohin sind schon ziemlich nervig. So, wenn ich da jetzt mal bauen könnte. Die sind nur leider im Weg. So, wunderbar. Also soweit müsst ihr jetzt erstmal einen Raum quasi bauen. Das sollte dann in etwa so aussehen. Und jetzt kann ich mal hier die Markierung eben wegnehmen. Und das nächste, was ihr jetzt macht, ist, ihr baut nochmal diesen Raum quasi etwas tiefer. Und zwar insgesamt 7 Blöcke vom Spawner. Das bedeutet hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke tief. Und dann rühlt ihr das hier quasi auch wieder aus, damit der Raum eben quadratisch bleibt. Wenn ihr das geschafft habt, sollte das in etwa so aussehen. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist erstmal eine Schicht Glasblöcke zu platzieren. Denn die sorgen dafür, dass sie eben keine Zombie-Pigments spawnen können, weil wir wollen ja eben nur die Blazes haben, beziehungsweise nur die Lohin. Und eben keine Zombies. Und die können hier nämlich irgendwie, warum auch immer, nicht auf Glasblöcken spawnen. Aber die Lohin spawnen hier halt immer noch. Und das ist eigentlich so der einzige Grund, warum wir hier Glas dann machen. Ihr könntet das sonst alternativ, glaube ich, auch mit Blättern machen. Und mit ein paar anderen Blöcken. Aber ich nehme jetzt einfach mal Glas, weil es das Einfachste ist. Das nächste, was wir dann machen, ist, wir suchen uns genau den Mittelpunkt, das ist hier. Und platzieren da einen Teppich. Der sorgt nämlich dafür, dass hier auch keine Geister spawnen können. Und dann machen wir noch oben auf den Spawner ein paar Blöcke. Damit eben nichts oben auf den Spawner spawnt quasi und der nicht runterfällt. Sondern es soll ja halt alles schon möglichst hier unten sein. Das nächste, was wir dann machen, ist, wir suchen uns eine Ecke aus, in die wir dann den Killing-Chemmer quasi bauen wollen. Also das, wo wir die Lohin töten. Dann schadet mich jetzt einfach mal für diese Ecke. Dann entfernt ihr hier wieder zwei Blöcke und stellt hier erstmal einen Magma-Block hin. Das nächste, was wir dann machen, ist, wir buddeln hier insgesamt drei Blöcke tief. Und füllen das Ganze erstmal mit irgendeinem Block aus. Den tauschen wir später nochmal aus. Und machen das Ganze dann hier nochmal drei hoch. Und dann buddeln wir uns hier an der Seite nochmal entlang. Und machen dann hier so ein kleines Loch, auch wieder bis zum Boden quasi. Also bis hier. Und dann platzieren wir hier von dieser Seite erstmal Falltüren gegen den Block. Den wir gerade gebaut haben. So in etwa. Damit hier so eine kleine Mauer entsteht. Und dann entfernen wir die ganzen Blöcke hier wieder. Die sollten ja nämlich nur kurz hier sein. Und dann entsteht hier so eine Wand. Dann können wir das hier nämlich auch wieder zumachen. Und der Trick ist jetzt, dass die Lohin eben versuchen auf diesen Magma-Block zu kommen. Warum auch immer. Das ist so deren Programmierung quasi, dass sie immer hier hinlaufen. Und dann machen wir hier nochmal eine Traptor gegen und klappen die um. Und dementsprechend laufen sie dann oder schubsen sich dann auch gegenseitig in dieses Loch hinein. Und da wollen wir sie dann später töten. Das Nächstes, was wir dann machen ist, wir platzieren hier einen Halbstein, sodass wir noch quasi einen halben Stein hier hindurch gucken können. Und dann machen wir hier nochmal einen Boden hin, damit das Ganze ein bisschen besser zum Stehen ist. Und dann ist eigentlich schon die ganze Farm fertig. Wir können die allerdings noch ein bisschen verbessern und ein bisschen AFK-freundlicher machen. Und zwar können wir jetzt hier unter einfach noch eine Kiste platzieren. Am besten eine Doppelkiste. Und dann mit Shift und Rechtsklick dagegen ein Trichter. Weil es kann auf diesem Block hier nämlich nur 21 verschiedene Monster sein. Beziehungsweise wenn jetzt hier quasi 21 Lohen drauf sind. Oder ich glaube entweder 21 oder 23. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Aber auf jeden Fall, wenn hier mehr Lohen drauf sind, dann fangen einige an zu sterben. Und dann können wir hier halt direkt die Items einsammeln. Und ansonsten ist die Farm jetzt eigentlich fertig. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist eben ein bisschen abwarten. Und dann sehen wir auch schon, wie die Lohen eben immer zu dem Magma-Block laufen. Ich war jetzt ein paar Minuten AFK. Und jetzt seht ihr schon, dass sich hier einige Blazers angesammelt haben. Und die kann man jetzt natürlich ganz einfach hier mit einem Schwert töten. Und ich empfehle euch dabei wieder ein Looting-Schwert, falls ihr eben mehr von den Items haben möchtet. Aber ich habe jetzt hier mal ein ganz normales Schwert und töte die jetzt einfach alle. Und so bekommt ihr eben im Endeffekt die XP in dieser Farm. Und die ist eben ziemlich einfach zu bauen. Ihr braucht eigentlich fast gar keine Materialien dafür. Außer eben ein bisschen Glas und eben die Falltüren. Ansonsten müsst ihr nur ein paar Blöcke abbauen. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video soweit gefallen hat. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Blaze in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.